Herzlich willkommen zurück zu Mario Kart 8. Die Lou will nicht begrüßen, die kann das nicht. So, wir machen jetzt den Blitzkapp. Du hast mich so doof angeguckt. Ich hab gar nicht geguckt. Kann ich nicht. Larry. Das ist so langweilig. Ich mag die nicht. Ich bin wieder Shy Guy. Und? Oh, Slick. Ohja, ich hatte doch schon Slick Violette. Sind sie anders? Nee, Schwamm. Slick Violette. Okay. Äh. Die sind anders. Nee. Doch. Nee. Die sind gleich. Einfach nur Style-mäßig. Ja, die sind nur grün. Okay. Ich bleib bei meinem Bike. Da ist doch gar kein Unterschied zwischen deinem und meinem. Echt nicht? Nee. Ich muss zwei nach oben von deinem aus. Ich guck grad bei dir. Ich kann ja bei dir gucken. Ach so. Nee, das Gewicht ist anders. Ja, aber was spielst du für... Und die Beschleunigung ist anders. Hä? Ja. Ich hab weniger Beschleunigung. Ach so. Ja. Aber dann ist meins doch besser. Aber dann ist meins doch besser. Hä? 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 Tick-Tack-Tack-trauma. Tick-Tack-Tack-Tack. Tick-Tack-Tack-Tack. Guck mal, ne Wii-Strecke kommt. Und der Regenbogenboulevard aus dem N64 kommt. Oh weiii. War der nicht so schlimm? Der war schrecklich. Also ich kann keinen einzigen Regenboulevard gut fahren, aber der war Der aus dem Super Nintendo war langweilig, der war nur eckig Den kenn ich nicht, Super Nintendo kenn ich doch nicht, das kenn ich doch nicht Das kenn ich nicht Tick-Tack-Trauma Oh, das ist über Da dreht sich aber viel Du dreht sich aber viel, du Neeee Nyao Hallo, Trude Guck mal, die Musik, hör mal Die ist voll awesome So Tick-Tack Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick Thanks to the video Voll gegen Das war da auf einmal Das fand ich nicht so geil Oh Gott, fliegen Ja, fliegen Ich flieg so weit Ich kann sogar im Flug Münzen holen Ja, theoretisch Du kannst hier aber perfekt so fahren, dass du immer schnell bist Ach komm, ich hatte gerade einen Bob-Arm Ich hasse es, wenn das passiert und ich Items kriege Was ist das da? Warum ist das da? Achso, darauf kann man Tricks machen Okay Anrede Mal einfach fahren Hui Darauf kann man tatsächlich fahren Und einen Trick machen Ja Bist du schon wieder soweit? Was geht mit dir? Ist doch eine gute Strecke für dich Ich sehe schon Ja Da kriegst du Besuch Oh Mann, ich hab ne Münze Nimm die Münze, nimm die Münze Oh Gott, was zum Also, das finde ich jetzt echt unfair Du Sau Das war die Rache Weißt du, erst der blau oder ein roter Ich sehe das gar nicht ein hier Oh, die Seitenwechseln hier Ich sehe das alles hier gar nicht ein Ich sehe das gar nicht ein Was geht mit den roten, wenn man die nach hinten schießt Also, früher haben die da ihre Rotigkeit verloren Ihre Rot und wurden grün nicht Also, ne, die waren schon noch rot Aber die haben sich halt nicht mehr wie rote verhalten Die haben sich halt verhandelt wie grüne Ja Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist Oh nein, der Wecker klingelt Ich finde das unfair, dass du jetzt so weit vorne bist Irgendem Scheiß, ey Ich weiß nicht, was du meinst BM 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 Ha, ha Oh nein Nimm die Banane Ach, kein Rückschlag Oh, wäre die geil gekommen Fuck, beinahe, hätte ich dich so lange gebraucht Du kriegst mich nie See you later, Alligator Ah, fuck it Du bist ja falsch rumgefahren Nimm die Münze Oh nein, 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 nein Du kriegst mich nicht Shit, shit, shit Äh, äh Ah, shit, shit, shit Ah, ist das so knapp Oh, jetzt Highlights Sieht man, wie ich am Anfang gegen die Dings knall Das war ehrlich Oh Oh, da bin ich schon gegengeklickt Egal, hat man jetzt irgendwie nicht Man, Scheigei Nja, nja, nja Ist das so eine knopfige Maske, Scheigei Nja, nja, nja So einen kleinen, so Ohmund Oh, so ein Ohmund So Oh Ist immer ein bisschen erstaunt Röhrenraserei Röhrenraserei Oh Gott Hey, jemini Komm, da gibt es so Seitenströmungen Oh Gott Nja Weil die Tauts immer, die sich freuen Die sind halt knopfig Genauso wie Lakitu Genau wie Lakitu Zu früh, verdammt Scheiße Oh, ich will dann auch nicht auffallen, weißt du In der roten Röhre Da sagt man nicht Hä Da hätte man Tricks machen können, aber Ich, ach, ich drück da den falschen Knopf für die Tricks Ach, verdammt Tu so Ich hab Gas geben gedrückt für die Tricks Oh Gott Da war ein Goomba Oh, shit Voll den Goomba Wo kommen die Goombas her? Ähm Ich weiß Äh Bin irgendwie falsch gefahren Hä? Oh, hi Also das ist hier ein bisschen verwirrend Hilfe, Bumerang Oh, wieso hat der dich nicht getroffen? Das war knapp Außer hab ich getroffen Oh Gott Was zum? Voll die Strömungen Die Strömung war perfekt, aber jetzt hat sie mich verwirrt Was zum? Was passiert hier? Au Arsch Du stirbst mit mir Nein Nein Oh Gott Willst du mich verarschen? Oh Gott Der war mir, glaube ich, gewidmet Ja, und ich bin extra noch weggefahren Hallo Münze Scheiße So Wir sind im Wasser Theoretisch darf der hier Oh Gott, ich seh nix Ich seh nix mehr Hast du den Hast du den aktiviert? Was? Den Blooper Nein Warum hattest du keinen Blooper? Ich hab den nicht aktiviert Ich war im Wasser Ja, aber wieso? Dann kriegt man den nicht, oder was? Scheinbar Warum tue ich das? Ich bin so ein Idiot Nein, ich hab grad meine Banane weggeworfen Oh, willst du mich verscheißern? Was war das denn? Nein, nein, mich schon blauer Nein Der blaue Panzer hat mich getroffen Ich hab aber auch ihn bekommen Also der hat mich nicht richtig getroffen Sondern der ist so Ja, der bums dich so weg Hat er aber schon immer gemacht Was? Nein Piranha Pflanze Wie kann man da oben langen? Ja, muss gut sein, glaube ich Und das sind wir beide nicht Ach hier BM 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 Alles BM Erklär den Leuten, was BM heißt Bad manners So So Hast du Alles BM Alles BM Da Bowser Ins Gesicht In den Stachel hintern Das stimmt noch voll die Abkürzung irgendwo Musik ist cool Oh, Gumba Okay Hoch, 80 Jahre Wie hat mich Bowser jetzt schon wieder überholt, bitte, ha? Gott, was denn? Bowser hat halt bad manners Alle bad manners Oh, Gott, wo kommt der denn her? Ich komme nicht schwer von vierten Platz runter Man muss hier in die Strömung reinfahren Dann kommst du hoch Da hast du eine Strömung, die nach oben geht Ja, ach da Aber die ist ja der hinter Nee, davor ist auch eine Vielleicht ist die nur manchmal aktiv Ach ja Guck mal, du wurdest doch noch dritte Ja, gerade so Ja, gerade so Hart gekämpft So ein Scheiß Ich frage mich, wie Schalke ich so lenkt, so freihändig Krummel, Krummel Ich wurde aber auch erst von einem roten und dann von einem blauen Panzer getroffen Das war nicht schön Der blaue Panzer sollte eigentlich seltener gemacht werden Ja, da krieg ich nix von Ich auch nicht Vulkan-Grollen Wackeln also die Steine Trotzdem ist Lakito immer gut drauf Ja Hier so Nein Nein Oh fuck Das war nach vorne Ich wollte nachrennen Jesus, nein Ich kann keine Tricks mehr Nein Aber beim zweiten gab es keine Tricks Nein, den wollte ich Den habe ich mir genommen Toll Hallo Verdammt Warst du zu schnell an mir vorbei Guten Tag Oh Gott Das war knapp Das war ganz schön wackelig Oh nein Nein Münze Ich bin rechts rum Tschüss Schon wieder ein roter Panzer Was soll denn das? Der ist immer anders rum gefahren Na Bowser ey Guck mal, die fahren alle rechts Rechts ist cooler Ja ja Jetzt brechen hier die Seiten ab Ich habe Rosalina weggebumst Du alter Bumser Ja Was? Alter jetzt Oh, die schnauze voll hier So, Toadette abgefackelt Toadette, wie machst du das? Ich habe dich gerade angezündet Toadette ist schon wieder vor mir Toadette hat einen Pils gehabt Ich habe auch noch nie Bullet Bill bekommen oder so Oh yeah Man kann den Charakter in die Pilze klauen Hast du das schon mal gemacht? Was? Wenn die anderen Pilze haben draußen Echt? Dann kriegst du immer den Boost von den Pilzen Wo? Zumindest hatte ich das gerade Das kam zumindest so vor Weil ich habe ganz oft Boost gehabt Bei Rosalina Okay Meine Nase juckt Dann kratzt sie Ich kann mich gerade nicht konzentrieren Was juckt denn einer? Bist du eh getroffen? Juckt dich Au, linksrum ist sogar viel geiler Wenn man gleitet am Ende Es hier voll die Streckenunterschiede gibt Wenn man links oder rechts fährt Ich kriege hier nur Pilze Oh, ich verkackte ständig die Pricks Pricks Pricksie Bowser, ich kriege dich Bowser, nimm beide Dinger, ey Bowser ist zu bad Ah, ich habe Bowsers Banane ausgeschaltet Oh was? Nein, nein Jetzt bin ich runtergefallen wegen dem Scheiß Boah, das hat mich voll nach vorne katapultiert Ja, super Okay Wann cheaten auch noch Ja Bisschen Oh was? Bowser Ach, du auch noch Wieso ist Bowser? Sau Fucking knapp Ich werde mal raten, wem der gehört Ja, ja, ich weiß schon, wem der gehört Nein 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 Oh Gott Ich hasse dich Oh So ein Mist Nur weil ich mich nicht getrüftet habe Weil ich mich nicht getraut habe Weil ich gedacht habe Ich fall runter Scheiße Scheiße Das war schön Scheiße Ich mag so spannende Enten Ich finde das nicht gut Weißt du, die ganze Zeit meilen wir hinter mir Und dann auf einmal Auf einmal kommt er an Ja Oh je Oh wei Oh weh Was rollt da? Alles Ich kenne die doch nicht War das die mit dem Kettenhund? Ja, da waren Kettenhund Oh Die N64 Strecke habe ich schon nie gefahren Ja War cool, aber scheiße War cool, aber scheiße War cool, aber scheiße Hey Du kannst hier gegenseitig die ganze Zeit Ja, das war mein Ziel Wuh Durchfliegen Oh nein, ich war zu niedrig Zieher Oh was Oh, was hat mich da getroffen? Und ich habe Buradier-Schwung Oh Wie dreist So dead, ey Ah, jetzt Wummelziehen Wummerang Flieg und Sieg Oh Gott, der Kettenhund Hüpft Können wir immer Tricks machen Ja Huch Ist nicht mehr rundenweise Was? Ey Geht gar nicht rundenweise Doch, ist doch runde jetzt Ja, jetzt schon zwei von drei Ja, aber die Stelle Ach nee, das ist eine andere, ne? Hä? Jetzt bin ich verwirrt Ne, die Stelle kenne ich noch nicht Ja Es ist eine neue Stelle Aber es ist halt Müsste ich mal die N64-Strecke fahren Weil ich bin grad voll familiär Oh Gott Was zum Henker? Was ist da passiert? Mach Ich war so gut War so gut Du bist von Kettenhund ermordet Was hat, was hat Todette in der Hand? Eine Bombe, natürlich Warum bin ich da noch reingefahren, genau? Das weiß ich nicht Warum du da reingefährst Das musst du mir erklären Ja klar, krieg ich einen Pilz hier auch gut Okay, das ist also Bislang ist die jetzt nicht so schlimm Weil die so breit ist Oh Gott Sagen Sie und fallen Hält das mal runter Sehr gut los, sehr gut Ja, ich muss voll abgeben Ich sehe nix Das ist scheiße Nein Und das Feierwerk schön Schön fürs Feierwerk schön Ah ja Und jetzt falle ich runter Oder nicht will Achso, ist schon vorbei Okay Da bin ich auch gefallen Genau da Weil ich den Ring noch wollte Ja, 8er Oh, sorry Ähm Ja Bist du damit auch letzter? Nein Okay Ich bin nur schlecht Nicht letzter, nur schlecht Trotzdem Zweiter Ach ja Ach ja Ich fand die jetzt gar nicht so schlimm Ich fand jetzt also eigentlich Also ich finde die andere schlimmer Ja Weil die Kurven enger sind Ja Die war nicht schlimm Aber die war auch nicht so wie auf dem N64 Oder ich habe ganz komische Erinnerungen Ich weiß nicht so genau Schon wieder in Cup fertig Soll ich jetzt mal die Highlights durchlaufen lassen? Ja Okay Also musste ich ganz durchlaufen So ein bisschen Was war das denn? Weiß ich nicht Yeah Ah guck mal Hast du einmal gut Voll abgeschossen Ach guck mal ey Hätte ich vielleicht noch einmal erster geworden Hätten wir drei Sterne gehabt Verdammt Aber nein Du musstest mir ja den Rang ablaufen Ah ne Beim ersten Mal Ja da habe ich gewonnen Ja ne Ja Ja Nicht nett Uh fancy Stell vor du hast die mal echt im Regal stehen Voll fancy Yay Yay Wie schnell man die Münzen zusammen kriegt Zwei Sterne Das ist auch okay Och guck mal Was? Wir haben alle Cups abge Achso Ja stimmt Voll die Credits Stimmt Kann man die überspringen? Nein Die muss man sich jetzt angucken Das sind wirklich Credits Ja klar Aber das Die Videoqualität wird hier noch schlechter sein Weil die Credits gerade schlechte Videoqualität haben Aber der Bart wackelt lustig Ja blieee Miau Die Musik so Musik ist voll gut in dem Spiel Ja Ja Yoshi ist so glücklich Ja war das Flugzeug übrigens was ich meinte im Trailer Achso Oh guck mal Ja das hat so Arme Das beim Grinden liegt Da hängt das so die Arme raus Voll cool Ja Ich will das Ich will das Musik voll Jazz Swing Wow Wie ist der so nach oben gegangen Das ist alles wie so klein für den So kleines Karts Ja das war's dann mit dem Display Nein Guck mal als ob man da jemals so nah beieinander fahren würde Ja Voll gestellt Das ist immer einer Kilometer weit vorne Baby Mario Miau Wie guck mal der Drift ey Er driftet einmal im Kreis Was denn Ui Und es flattert Ja Und das Bärchen Und das Bärchen Wie ein Chi-Guy Moppet Das Bärchen Das Bärchen Jetzt kann man sich die Stages nochmal angucken Toilette hat auch so Bommels Ja Am Kopf Das hat sie aber schon immer Ja aber Ist Toilette eigentlich nur aus Mario Kart Ja ne Äh Ja eigentlich schon glaube ich Sonst gibt's die nirgendwo Oder Vielleicht irgendwo mal Spin-Off im Ne standst du bestimmt mal irgendwo In einem Mario Spiel daneben Oder so Das ist ganz unauffällig Weil ähm Diese weiblichen Toads So ein Na ne Mario Epigedings Spiel Die sehen auch nicht so aus Hm Oder? Weiß nicht Was weißt du überhaupt? Hast du Musik auszumachen? Hauptsache es gibt keine Bierdo Bierdo in dem Spiel Ich überleg's gerade War die nicht mit drin? Hoffentlich nicht Ich hasse Bierdo Hieß es nicht dass Bier Bördo mit rein sollte? Bördo Ey wenn Bördo da drin ist Aber nicht Knochen trocken Na? Dann Knochen trocken ist nämlich nicht drin Kündige ich die Freundschaft Na was? Mit wem? Mit Mario Kart Ich finde das nicht korrekt Bin das nicht korrekt? Er ist jetzt 10.000 scheiß Kooperlinge Aber knochen trocken? Nö Nö Das hat Ben Deinemco denn damit zu tun? Ben Deinemco war damit beteiligt Cool Du hast eigentlich Ja, sag ich ja. Ich glaube es hat sich heute auf Twitter noch einer beschwert, dass man die nicht überspringen kann. Doch selbst wenn wir wollten. Das ist bestimmt das Studio für Mario Galaxy. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme. Ach nein, das sind diese Firmen da. Das sind die Firmen, die sie da erfunden haben. Ach so. Ich dachte schon. Bei der Stadt dachte ich, oh Bowser Oil und so. Ach so. Das ist doch eine Fluggesellschaft. Guck mal, von oben. Voll hübsch. Voll hübsch. Was ist das denn für eine Stadt da drunter? Die Stadt da drunter? So. So? So? Fertig. Jetzt müssen wir cutten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.